Ach Gott, wisst ihr, nach der letzten Folge habe ich die englische Sprache verlernt, kann meinen eigenen Namen nicht mehr schreiben und mein Gehirn hat einen Wackelkontakt und mein Gehirn hat einen Wackelkontakt und mein Gehirn, aber dann dachte ich mir so, noch schlechter als die letzte Folge kann, dass was zum Fick ist, dass nein, wisst ihr, ich habe mich mal so spaßhalber erkundigt, warum es solche Bilder überhaupt gibt und an der der Schönheitsideale entsprechenden Blondine im Hintergrund des Textes kann man sehr gut erkennen, dass es sich dabei lediglich um Likefarming handelt, ja das habe ich mir gerade ausgedacht, er möchte gern Ficker, Adam möchte gern Nutten, damit diese sich gegenseitig die Bilder liken und da ist so ein solches Bild enorm hilfreich und natürlich extrem seriös, was man allein schon an der Kommi-Liked-Schrift erkennen kann, würdest du dem Hund helfen, like ja, ignoriere nein, es fällt mir schwer euch das zu sagen, aber ihr solltet das liken, ich habe einmal den Bekannten, like oder deine Mutter stirbt in 10 Minuten Post nicht geliked, meine Mutter ist jetzt deswegen schon 37 Mal gestorben, weil ich diesen Post ignoriert habe und deswegen ist es enorm wichtig, dass ja auch die Seite, die dieses Foto teilt, liked, weil es der Seite nicht darum geht, mit dieser einfachen Masche Sympathie zu erwecken und mehr Likes zu generieren, es geht einzig und allein um den kleinen Hund, warte, ich meine das ernst, Jungs süßes, ich um kleine Kinder kümmern sind total süß, aber auch nur, weil sie ein hohes Durchhaltevermögen haben, was ich dann wahrscheinlich auch auf andere Bereiche des Lebens, äh, wisst ihr, ich kann mit Kindern und Babys nicht wirklich viel anfangen, ich verstehe nicht, warum jeder, so wie ich zum Beispiel, der Kinder und Babys weder süß findet, noch irgendwas damit anfangen kann, gleich als totales Untier dargestellt wird, ich sage immer so, in der heutigen Welt, wo man kaum Arbeitsplätze und so weiter findet, ist man der beste Vater, wenn man keiner ist, dieser Spruch gibt Fettlikes, äh, was? Das Bild, was ihr hier eingeblendet seht, hat einen dazu passenden Text, den ich euch gleich vorlesen werde, bitte helft mir, Innsbruck, der Mann auf dem Foto ist grundlos auf mich losgegangen und hat mir mit dieser Fahnschang ins Gesicht geschlagen, als ich mit dem Fahrrad vorbei fuhr, als ich angestiegen war, schlug er mich nochmal mehrmals ins Gesicht und in die Rippen, ich habe leider nur dieses Foto da gemacht, er ist Türke mit eher hellen Haut, schmaler Statur und markant im Gesicht, er wirkt auch sehr aufdringlich und aggressiv, anscheinend wohnt er am Mieterweg und hat mit der Drogenszene zu tun, ich bin um jeder Hilfe sehr dankbar, falls ihr denkt, ihn zu kennen, dann schick mir bitte ein Foto von seinem Gesicht, anders habe ich keine Chance, ihn zu finden. Du weißt also nicht mal, wer der Typ ist, du hast absolut keine Ahnung, wer das ist, bittest sogar öffentlich auf Facebook um Beweismaterial, aber du weißt, dass er Türke ist und mit der Drogenszene zu tun hat. Wie zum Fick funktioniert das? Ich möchte ja jetzt wirklich nichts schönreden, vielleicht ist das wirklich passiert und bestimmt nicht schön. Die Tatsache, dass die einfach keine Ahnung hat, wer der Typ ist, sogar selber noch schreibt und dann einen Satz davor noch schreibt, dass er Türke ist und mit der Drogenszene zu tun hat, tut mir leid, aber irgendwie glaube ich das nicht. Wie welche Nationalität wirkst du? Du wirkst französisch. Habt ihr diese geile Zensierung gesehen? Oh yeah. Wisst ihr, mir gehen diese Spiele so dermaßen auf den Sack. Es ist nämlich kein Zufall, dass diese Dinger immer genau das sagen, was ihr sehen wollt. Einen fetten Sportwagen, eine geile Frau, ein fettes Haus und haufenweise Kohle. Was genau das ist, ist komplett egal. Hauptsache es hat einen hohen Standard. Deswegen sagt auch keiner was dagegen. Diese Apps nehmen sich einfach die Kontakte, mit denen ihr am meisten schreibt oder sonstiges macht und bilden daraus dann solche Listen. Und der Rest ist reiner Zufall. Ja Leute, das war's mit dieser Folge von Facebook Hate. What the fuck? In der Beschreibung findet ihr die Playlist und die letzte Folge, wer sie nicht gesehen hat. Nehmt Beleidigungen und alles nicht zu ernst. Auch wenn meine grundsätzliche Meinung in dem Video hier ernst gemeint ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schöne Woche. Pauz! Oh, ich hab's sogar getroffen. Oh, wo ist hier die Maus, die Maus, da ist die Maus. Oh, ich hab's sogar getroffen.